Für einen einwandfreien Betrieb benötigt Ihre DreamStation saubere, trockene Filter. Der blaue Pollenfilter sollte alle zwei Wochen gereinigt und alle sechs Monate ersetzt werden. Der optionale Einwegfeinfilter sollte ersetzt werden, sobald er schmutzig erscheint, spätestens jedoch nach 30 Anwendungen. Ihr Gerät wird Sie alle 30 Tage mit einer Nachricht daran erinnern, die Filter zu überprüfen und bei Bedarf zu ersetzen. Um die Filter auszutauschen, schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie es von der Stromversorgung. Öffnen Sie das Filterfach, indem Sie die Klappe nach oben heben. Nehmen Sie die Filter heraus und überprüfen Sie sie. Entsorgen Sie schmutzige oder beschädigte Einwegfeinfilter. Diese dürfen nicht gewaschen werden. Bei Rissen muss auch der Mehrwegpollenfilter ersetzt werden. Andernfalls können Sie ihn mit Wasser reinigen. Drehen Sie ihn um und lassen Sie warmes Leitungswasser durch das Filtermaterial laufen, um Ablagerungen abzuspülen. Schütteln Sie den Filter leicht, um so viel Wasser wie möglich zu entfernen. Lassen Sie ihn dann einfach an der Luft restlos trocknen, bevor Sie ihn zurück in das Gerät setzen. Um die Filter wieder einzusetzen, legen Sie den Mehrwegfilter auf den optionalen Feinfilter und stecken Sie diese zusammen. Setzen Sie die Filter an der Seite der Dreamstation ein. Schließen Sie das Filterfach und verbinden Sie das Gerät wieder mit der Stromversorgung. Innovation & You Philips Respironics 1. 1. 2. 6. 7. 11. 11.